Hallo und herzlich willkommen bei mir, Kuhmann Let's Plays und einer weiteren lustigen Session Samstag Stream. Und ich würde mal sagen, bevor ich mich hier alleine euch langweile, rufe ich meinen guten Kollegen an, wie immer mit dabei. Jetzt mal gucken, ob das funktioniert. Heute vielleicht mal ohne Deaktivieren und Aktivieren der Geschichte hier. Mal warten, bis es Hallo heißt. Immer diese Spannung am Anfang des Streams. Wie geht's euch? Mir geht's super. Und wen haben wir da? Ja, wer kann das denn wohl sein? Ah, gute Frage. Ja, toll. Schön, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Heute auch ein bisschen ausgeschlafener wie sonst. Schön, das ist schön. Ich muss sagen, nee, ich war früh wach, hatte aber dennoch irgendwie so viel Verspätung, dass wir erst jetzt beginnen können zu streamen. Es tut mir leid nochmal, dass du so lange warten musstest, gell? Ja, ja, ich werde das gewonnen irgendwann. Ja, ja, aber IRL, IRL hat gewonnen. Ja, ja, man kennt's. So. Hattest du die Intro-Cutscene im Stream? Hm? Hattest du die Intro-Cutscene im Stream? Die Intro was? Die Intro-Cutscene. Wenn man das Spiel neu startet, das erste Mal, guckt man eine Cutscene. Nee, hab ich nicht. Ich geh auf Einstellung, dann kannst du die nochmal abspielen. Also, warte mal kurz. Ich muss mich hier noch anmelden irgendwie. Mal gucken. Wieso muss ich nicht hier? Ja, das ist auch wichtig. Ah, super. Das ist perfekt. Ist auch dein Microsoft-Ding. Ja, ich muss mal ganz kurz nochmal hier das Spiel wegtun, weil sonst... Weißt du, was cool an der ganzen Sache ist seit dem Spiel? Nee. Man lädt sich ingame ein, ohne die Xbox-Live-Konsole. Ah, sehr schön. Das hat schon kratzt, oder? Ja, was ganz Neues. Ich muss es jetzt hier einfach ganz kurz blind machen, sodass nicht die ganze Welt mein Passwort sieht. Und so. Ach, das ist doch voll einfach. So. Jawohl, spielen wir. Sehr schön. Dann machen wir das hier wieder so. Und so. Super. Also, warte mal. Aktuelle Sprache. Man merkt, wie spielst du zum ersten Mal. Das ist, äh... Ich hab's mir gestern runtergeladen. Und du? Heute. Super. Machen wir mit oder ohne Untertitel? Ich hab keine Ahnung. Also, ich hab's mit. Aber eigentlich geht das auch ohne. Gut. Die Audio ist ziemlich gut. Farbe der Gegner um Rande und Rot. Das passt. Chat-Rat-Typ. Drucken. Ja, ja. Machen wir so. Hey, die Einstellung immer. Das Symbol sollte nicht sichtbar sein. Welches denn jetzt? Ich denk mal, das linke, oder? Ich... Ich hoff's. Ich glaub, das eine sollte nicht sichtbar sein, das eine sollte sichtbar sein. Ich muss mal gucken. Dass es auch für den Stream ein bisschen geht. Ja, komm, wir machen das so. Ganz knapp. Ja, immer ein bisschen eller haben wir das. Ja, ja. Bei der Konvertierung wird das immer ein bisschen dunkler, ja. So, ja. Es war eine Zeit großer Abenteuer. Ja, großer Abenteuer. Das ist ja doch die Intro-Kerze. Ich bin mal still. Als Ausgestoßener durchstreift ein Illager das Land und sucht ein Zuhause. Doch er fand nichts als Hass. Getrieben von der Wut auf all seine Peiniger, wanderte er ziellos in der Welt umher. Hm? Doch nach langer Suche fand der Illager etwas, das alles veränderte. Die Kugel der Dominanz. Die Illager plünderten das Land. Wer würde den Mut, die Herzensgüte haben, sich der Herrschaft des Erzillagers entgegenzustellen? Nun, er wohl nicht. Doch vielleicht du. Minecraft Dungeons. Schick. Sehr schick. Ist schon sehr hübsch, ne? Joa, kann man sagen. Hat ein bisschen was, ne? Also für Minecraft-Fan ist es halt hübsch. Ja, muss man sagen. Obwohl die Kugel gar nicht rund war. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber das ist halt Minecraft. Da gibt es nichts rundes. Ja, das musst du mir nicht sagen. Ich habe ja noch nie Minecraft gespielt in meinem ganzen Leben. Ja, deshalb erkläre ich dir das auch, weißt du. Gut, was machen wir? Haben wir hier irgendwas mit Bart? Der hat Bart, aber wenn ich habe... Das ist nicht so meins. Komm, ich mache... Ah, was mache ich denn hier? Haben die alle... Ein bisschen schade, dass man den Charakter nicht selbst machen kann. Ja, ist es einfach... Sehen die einfach nur so aus oder haben die auch Fähigkeiten? Ne, die sehen nur so aus. Dann nehme ich das Karo-Hemd. Komm. Schön, oder? Komm, mach mal. Schön. Also, schließe 200 Millionen oder... Okay, das muss ich nicht machen. Online-Spiel. Echt? Ja. Wollen wir online-Spiel kommen? Wann haben wir denn da keine Spiele gefunden? Rionity, gucke mal. Ich bin nicht online. Du bist online, ja. Warum lässt du mich da nicht ein? Wie mache ich denn das? Einfach doppelklicken oder... Ne, runterscrollen eigentlich. Wollen wir aufklicken? Mach ich ja schon. Ich klicke, aber da passiert nichts. Vielleicht musst du mich anklicken und dann einladen oder irgendwie. Ich weiß es nicht. Online-Spiel starten. Mal gucken, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Neues Spiel. Ich habe das noch nie gespielt. Bist du jetzt hier? Bei mir? Hast du was bekommen? Nö. Das ist ohne Zweifel das Werk des Erz-Evagers und seiner Scherren gewesen. Wir müssen das... Vielleicht musst du zuerst nur Tutorial machen. Das kann sein. Okay. Ne, ich gehe nochmal ins Hauptmenü. Ne, ich glaube, du musst das Tutorial machen. Ich glaube, das Tutorial muss man auch im Singleplayer machen. Ah, okay. Dann mache ich das mal. Einstellung. Kann ich denn hier nicht... Kann ich hier nicht irgendwie Freunde einladen? Ne, das geht nicht in den Einstellungen. Ich glaube, du musst zuerst das Tutorial machen, damit du berechtigt bist. Ah, so gut. Umherbewegen. Das dauert mich lange. Ah, gucke mal so. Schön. Das ist ein Spiel, das kannst du eigentlich mit einer anderen spielen. Du brauchst keine Tastatur. Sehr schön. Finde das Ziel. Alles klar? Habe ich schön gemacht. Mal alles aus der fixen Perspektive. Ja. Ganz schön. Oh, da bekomme ich ja gleich Emerald, oder was war das? Ja, ich denke mir. Töte den Zombie. Das ist ja quasi die Vierungen zum Spiel. Okay. Das ist lustig. Ich weiß nicht, dass Tutorial gequatscht ist. Ah, guck mal hier. Den machen wir weg. Aber hier Kisten? Kann ich hier was machen? Es gibt Kisten, ja, die du finden kannst. Und kann ich hier? Muss ich hier? So, weg mit dem. Ja, ey, ist komisch. Ich will immer bewegen mit dem Pfeiltasten, also mit A, W, S, D. Ja, nee. Tastatur gibt's keine. Du machst alles mit der Maut. Okay. Das ist theoretisch mit einer Handspiel, dieses Spiel. Das ist halt typisches Diablo-like, weißt du. Alles cool. Ja. Keine Pfeile. Ah, okay, so schieße ich dann Pfeile. Interessant. Besiege die Eindringlinge. Eindringlinge. Mann, Mann, Mann. Ich und Lesen. Da kommst du noch. Geduldig, Geduldig. Ich und Lesen am Samstagmorgen. Ah, hier bekomm ich. Warte mal. Muss ich hin. Und. So. Alles klar. So tötet man Skeletons. Genau. Und muss ich hier runter oder wohin muss ich? Du weißt, ich hab Tendenzen, um mich zu verlaufen. Ja, das ist aber ziemlich gut, weil es ziemlich viele Geheimnisse und so weiter zu entdecken gibt. Das macht in dem Spiel durchaus Sinn, sich umzugucken. Geheime Dungeons zu finden, geheime Level. Alles klar. Geheime Items und so weiter. Obwohl, im Tutorial Level ist es gar nicht mal so sinnvoll, glaub ich. Warte mal kurz. Ich muss hier mal ganz kurz. Du bist ein bisschen laut, hab ich gesehen. Ja, aber das ist nicht negativ, weißt du? Ja, ja, ich weiß. Aber nicht lauter als ich, bitte. Ja, doch. Nee. Ich bin hier der Kuhmann. Super. Komm. Okay, Emeralds. Bekommen wir einige, hä? Ich weiß nicht. Ich glaub, der Wert von Emeralds in diesem Spiel ist, glaub ich, ein anderer als im normalen Minecraft. So eine Waffe zum Beispiel takes so für irgendwie 100 Emeralds oder so. Okay. Ja, das ist ja quasi die Währung. Das ist nicht so, als würdest du selten Emeralds in der normalen Welt abbauen. Weil abbauen und bauen und so weiter gibt es hier ja leider nicht. Alles klar. Ja, schade ist. Guck mal, ja. So ein kleines Bauen ist dem Wünschen tatsächlich. Ja, warum nicht? Ja, ja, vielleicht kommt das ja noch, weiß man. Obwohl das eigentlich ein typischer Dungeon-Scroller ist. Aber mal gucken wir mal. Alles klar, ja. Ich bin ja alle nur in den Kinderschuhen. Wir sind ja von Anfang an dabei bei diesem Spiel. Ja, das ist wirklich alles neu für mich. Total. Ja, das ist sowieso neu. Bei diesem Spiel. Das kam ja gerade irgendwie, das kam ja gerade von ein paar Tagen aus. Oh, guck mal. Hier haben wir Brot und Pfeile. Schön. Hier hat es ziemlich heftige Kämpfe gegeben, hm? Ach, da ist ja noch gar nichts. Das ist ein bisschen Dorf gedödelt. Warte, ich gehe mal hier rüber. Da bin ich sicher falsch. Ich hole hier mal noch die Ecke. Ist hier irgendwas? Das ist kein falsch. Das ist aber lustig. Ja, ja. Und zu zweit wird das noch toller. Freu dich drauf. Du hast das demnach doch schon gespielt. Ich habe das Tutorial gespielt, weil ich weiß, was man das braucht. Ne, also ich bin jetzt hier wirklich so... Ich bin im Dorf. Ich komme. Gell? Schön. Ja, spielen wir doch blind weiter. Viel Glück. Oh, was ist das hier? Das ist quasi so eine Mini-Instanz im Wellenmodus. Okay. Du kannst ja alle Feinde wegkloppen und dann geht das Tor erst auf. Ah, alles klar. Levelaufstieg. Genau, das ist ja noch alles Tutorial. Da ist noch nichts riskant. Schön. Verzaubern. Mit jedem Levelaufstieg erhältst du einen Verzauberungspunkt, den du zum Aufwerten von Gegenständen einsetzen kannst. Öffne dein Inventar und probiere es aus. I. Okay, was soll ich denn aufwerten? Hast du da einen Tipp? Schwer vielleicht? Ist ziemlich egal. Es sind alles noch Low-Bub-Items. Verzauberung auswählen. Ah, was haben wir? Schärfe oder Blut? Gewöhnlich. Ja, komm, machen wir einfach mal Schärfe. Mach mal. Ganz angelegt und dann siehst du, was das macht. Schaden erhöht um 21. Soll ich das nochmal mal? Zu teuer. Alles klar. Bei jeder Waffe oder Rüstung, die droppt oder die du irgendwie bekommst, kannst du Verzauberung aufwählen. Blut in der Zahn durchbohren. Das hat jetzt mit maximal drei Verzauberungen. Ah, auch zu teuer. Schön. Ich habe quasi keine Verzauberung mehr. Alles zu teuer. Gut. Da hast du nur ein Ding bekommen. Ja, ja, ich weiß. Man kann ja mal ausprobieren. Oder? So. Gut. Und wie gehe ich jetzt hier wieder raus? Hier oben. Super. Schön. Die Barrels, kann ich die zerstören irgendwie? Nee. Alles klar. Ich augel nicht. Du kannst versuchen. Nee, ich habe es mal probiert jetzt. Geht nicht. So, die Musik ändert sich. Oh. Sind das? Ja, die Musiktechnik, das spielt gut. Feuerwerkspfeil. Du hast gerade ein Artefakt aufgehoben. Öffne das Inventar, um es auszurüsten. Okay, was auch immer das Artefakt macht. Zeigen wir. Schaut dein Kicher mit einem Feuerwerkspfeil aus. Der Pfeil explodiert bei einem Treffer. Oh, schön. Nehmen wir mit. Artefakt einsetzen. 1, 2, 3. Die Kurzweiltasten. Das ist super. Gut gemacht. Und da muss ich jetzt hier wieder an den Hebel hin. Schön. Lustig. Das Spiel spielt sich sehr smooth. Alles klar? Ja, ich weiß. Ich habe jetzt einfach einen normalen Pfeil genommen. Du musst nur ein Klick unterrichtetfeilen. Ja, ich weiß. Aber das war kein... Das war kein... Das war kein... Oh, ich kann... Hey, du kannst aber auch mit der... Mit der Taste? Mit der Taste? Achso, mit der Leertaste? Ich weiß nicht, ob du krass bist, ob du da rüberkommst. Alles klar, mal gucken. Es gibt keinen Springen. Das ist ein Tipp. Oh, doch, gibt's. Hast du gesehen? Es gibt ein Springen. Siehst du? Das Springen gibt es immer, ja. Runterspringen. Nee, aber guck mal, ich kann hier so einen Puzzlebaum machen. Ja, ja, das ist eine Rolle. Gut. Wie soll ich denn da rüberkommen? Man kann rüberrollen. Schon? Ja. Geil. So geht das. Ja, ja, alles klar. Ich bin alt. Komm. Ja, ja, ja. Wie kann ich das jetzt hier? Eins, zwei, drei. Kann ich das jetzt... Auf einem fein schießen? Ja, das ist okay. Wieso muss ich denn... Ich will doch jetzt nicht. Ach, Mensch. Ich hasse das Spiel. Jetzt schon. Ja, das ist das Item letztlich wieder aufzuhalten. Cool down. Ja, klicke einfach mit der linken Maus, da hast du auf die Insel und dann gehst du da automatisch hin und dann rollst du. Jetzt aber. Hast du gesehen? Ja. Ja, super. Ich kann das. Ich bin ein Held. Ich freue mich auf die Jump'n'Runs. Ich bin ein Held. Ja, Jump'n'Run, du weißt ja. Das ist meine Spezialität. Keine Sorge, bald ist das Gameplay wieder bei dir. Gut. Wir gehen hier hoch. Schön. Und ja, man kann sich ja dann auch inspirieren lassen von gewissen Dingen, die man dann in der echten Welt, also in der Minecraft-Minecraft-Welt nachbauen kann. Ja, da wirst du, glaube ich, epische Sachen finden von Screenshots, die ich gesehen habe. Cool. Sehr cool. Das haben wir hier oben. Hier ist nix. Hier hinten. Ich wieder, gell? Ich muss wahrscheinlich in die andere Richtung. Ich sehe es am Pfeil. Aber wir gehen trotzdem mal gucken. Das ist richtig so, das ist richtig so. Du weißt ja. Weizen kann ich nicht aufheben. Hier. Kann ich auch nix machen. Entschuldigung. Ja, aber es ist schön gemacht, echt. Sehr hübsch. Besonders, dass das wohl oben drauf kommt. So. Anders war doch toll. Sieg! Sie sind noch irgendwo da draußen und warten auf einen Helden. Wir haben Sieg. Sehr schön. Reise nach Lager. Jetzt mal gucken, ob ich dich einladen kann. Jetzt solltest du theoretisch, ja. Level zwei. Gut. Und was bekomme ich da? Die böse Kiste? Ja, es ist immer eine Lootkiste, die du am Ende bekommst. Ich muss draufklicken. Eine Angel. Gewöhnliche Angel. Schön. So, und jetzt kann ich dich neben hier einladen. Ja, guck mal. Kannst du? Kannst du? Ich kriege eben Spiele. Was ist denn jetzt los? Das ist ja voll krass. Ganz was Neues. Das könnte sich die auf die echte Scheibe abschneiden. Sorry. So. Das ist ja mal so viel angenehmer. Hi. Freund. Hallo. Ah, guck mal. Hallo, hallo, hallo. Sehr schön. Hörtlich Text-Tutorial. Ah. Sobald du dich in der Lage siehst, einen Kampf gegen den Erz-Elliger fortzusetzen, brauchst du nur die Karte zu öffnen und deine nächste Mission auszuwählen. Wer war das? Hier war jemand. Tim... Timtotz05. Danke für den Follow. Schön, bist du hier. Ich mach die Träger-Puppe kaputt. Du weißt, man verbraucht zur Pfeile, ne? Ja, ja, ist okay. Ich hab 77. Soll ich dir auch mal was zeigen? Schön, hä? Kann ich nicht. Ich hab die Giftwolke auf meinem Schwert, okay? Hast du? Wie hast du denn das gemacht? Ah, alles klar. Es gibt ungefähr gefühlt 200 Verzauberungen mehr als im normalen Minecraft. Super. Das ist mega cool. Cool, aber schön gemacht hier, echt. Ja, es hat was. Es ist sehr, sehr cool. Guck mal hier. Was haben wir? Eine Brücke? Die muss man wahrscheinlich... Ich komm zu, Tim. Ja, ja, je nachdem, wie weit man im Spiel kommt, desto besser wird das Dorf. Das baut sich weiter auf und so weiter, wenn man neue Leute kennenlernen und so weiter. Cool, cool. Timtotz05, wie geht's dir? Mal kurz im Chat Hallo sagen. Wollt ihr das Ganze tun? Da oben ist ein Schaf auf dem Turm. Ja. Aber man kann es... Nee, geht nicht. Missionswahl? Ja, müsste machen. Ja, mach mal. Ah, ist aber geil. Ja, was cool ist. Sie geht in nur 1, 2. Sieht auch gut aus alles, hm?